moin moin wir probieren heute was anderes aus wir mal ich habe den ton auch sehr laut das heißt für mich irgendwas heute erschrecken sollte wird es mich richtig erschrecken aber das coole ist wenn man den sound ein bisschen lauter macht dann hat man mehr so eine art 3d gefühl man bekommt mehr mit was an meinem rum ist ziemlich beeindruckender großer raum nice was haben wir denn hier okay kann ich so ein glühwürmchen erwischen sollte lieber aufpassen damit okay was das ich habe hier ein händchen okay also wir sind zauberer nicht wie ein österreicher einen beleidigen würde sondern tatsächlich ein zauberer bester song ich habe keine ahnung ich habe nichts dazu angeguckt ich habe keine ahnung was wir machen das ist nice was runtergefallen die maus umgekippt olle maus ok ok und was wir noch brauchen ist das rotes was ist das das heißt wir nehmen ein grün sorry ich wusste nicht dass es gesättet wurde nimm ein auge das blubbert auf jeden fall okay nice ich bin riesengroß kann mit teleportieren oder so nein ja kann das ist größer als erwartet ich stelle die mal eben hier ab so bleibt da mal okay das ah jetzt kann ich den nutzen und reinwerfen und dann wieder verwenden alles klar wirst du das wohl lassen so bleibt mal da okay probieren wir rum was können wir schönes machen wir nehmen diese diese wulopuppe auge ah neues auge witzig wie es noch springt schönes bad so wir machen mal oh rot und rot robot auf jeden fall schön dazu nehmen wir dieses lila zeug das kommt jetzt object in the world is chained by what it weighs zeit ist but with this power it will seem like they're in outer space und rot schuss pok oh uh oh uuh he ist das doof so kann man arbeiten das finde ich gut huh ich bin ein Magier Kann ich hier Goldmütze nehmen? Wooo. Tschöööö. Ist das doof. Okay. Oh, ich hab ein Schwer. Waren die Augen schon immer an von dem? Hm. Wow. Was soll das wir sagen? Ah. Dass ich furcht bei den Zielen bin. Das soll ich mir sagen. Was sind das aber für Dinge, die ihr auf mich geworfen... Oh shit, ich mach alles kaputt. Lass mir das. Lass das. Okay, gut. Jetzt Windows-Sounds, danke. Das ist, was ich brauche, um meine Immersion zu verlieren. Na, wir machen nochmal wieder. So, nein. Ich mach immer noch dieses Spielbild. Wie mach ich was weg? Clear. Was ist das hier? Die... 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 Die Gravitation ist wieder da. Was ist das hier? Ist das ein Teleporter, dingen Sie? Das ist ein Gateway. Mach mal nachher. Mach mal nachher. Ich mach mal hier weiter. Lass dich von mir nicht stören. Ich hätte das Auge schießen sollen, aber ich hab ein bisschen Angst, was dann passiert. Von daher nehmen wir mal die Voodoo-Puppe. Machen wir das grüne rein und nehmen das lila. Ich hab ein bisschen Angst, was dann passiert. Guten Tag. Imaginaision zwerfen a planet, sein potential ist endless. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Oh. Oh, shit. Interessant. Hören wir mal in Unterschrift. Da. Unterschrift. Wunderschön. Ähm, brauche ich aber gerade nicht. Instant wieder weg. Sehr praktisch. Hey, auch gern zu Hause. Ich habe doch gesagt, die Augen waren vorher nicht da. Ähm. Nehmen wir... Nehmen wir Auge. Grün. Grün. Oh, ja, ja. Schon bewusst. Sorry. Oh. Oh, shit. Ich kann Leben erzeugen. Kommt her zu mir, meine Freunde. Ja, gesagt, wenn ich still halte, können die auf meine Hand fliegen. Oh. Hi. Du bist jetzt noch mal ein Schmetterling. Du bist knurrisch. Um das gelbe Augen. Kommt her, ich packe euch in den Topf. Ich packe euch in den Topf. Wir machen heute... eine Schmetterlingssuppe. Okay. Hätten wir es auch. Wo ist mal eine Voodoo-Puppe hin? Was ist... Was ist hier unten? Ich kann heute auf jeden Fall in die Ferne gucken. Was ist denn hier unten? Hier ist noch ein Gateway. Stell ich mal hier hin. Was haben wir hier noch? Höh! Es sieht aus wie dieses Ingredient-Ding. Was ist denn da unten? Eine Holz-Puppe. Bleh. Kommt's auch in den Topf. So. Eine Trompete! Man weiß nie, warum man eine Trompete braucht. An... Komische Kugeln. Ach, komm her. Wo rollt die hin? Ah. Sieht wie Flummis. Interessant. Können wir hier reinpacken? Nein! Ah. Hier ist eine Kreide. Keine mehr Sachen ankreuzen. Das ist sehr interessant. Das ist... ...sehr der Playground hier sozusagen. Ich kann hier Schach spielen. Ah. So. Nein! Ah! Arm so clumsy! Ach da ist sie. Mensch. Okay, ich glaub wir haben... Das hatten wir noch nicht. Grün und... ...auch grün? Und grün? Hat er das schon? Nein. Ich habe die Macht. Möge der ganze Raum nach rechts gehen... ...und nach links gehen... ...und auf den Boden knallen. Alles kaputt machen. Was ist das? Was seid ihr? Wo? Wo kommt ihr her? Hier da oben. Kann ich euch auch irgendwie bewegen? Das muss ich eigentlich erst mal aktivieren. Ah! Möge! Möge! Ich habe Macht! Ziemlich bouncy. Das ist cool. Die... Die Fähigkeit gefällt mir. Nein, ich kann hier arbeiten. Okay. Genug davon. Sagen wir mal Skype-Zone-Effekte. Herrlich. Ah! Ich hätte alles ausmachen können. Ich bin gerade so geil hier. Wizard. Mr. Wizard. Und dann sowas. Wollen wir das? Ich glaube, das hatten wir schon. Ich hätte es mir merken sollen. Nein. Fireball. Wer hätte es werfen sollen. Was sind da hinten noch für Kugeln? Kannst du einen Dragon Ball machen? Nee. Hey, du. Treffen muss gelernt sein. Ich gebe jetzt du, es ist nicht so einfach, mit Feuerball zu treffen. Das ist wirklich nicht einfach. Was ist das da oben? Was ist das da oben? Komm ich da hin? Hä? Interessant. Ich frage mich, wie viele Easter Eggs wo diese Spiel hat. Kann ich die? Nein. Das ist schade. Da hätte man noch eine Interaktion machen können. Eige Scheiße. Das ist ein Säbel. Ich mache mal kurz so. So. Jetzt sollten wir euch nicht mehr stören. Sehr gut. Ich habe ein Schwert. Hier, Mr. Bist du lebendig? Bist du lebendig? Das hier muss gelernt sein. Ich werfe mir irgendwas ab. Ha! Bist du etwa lebendig? Ja. Er kann schreien. Er kann schreien. Er ist lebendig. Hey, Mr. Totenkopf. Schick ihm mal einen Besuch ab. Wow. Guter Fang, Mr. Guter Fang. Okay. Ähm. Zwei haben wir noch. Aber ich bin echt unsicher, was ich dafür nehmen muss. Auge, Rot, Lila. Das war er-Drawing. Ähm. Ähm. Noch mal. Auge, Rot, Lila. Oh, okay. Ja, halt die Klappe. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das lebendig bezeichnen würde. Eher als durchgedreht. Ich will das Wasser lebendig machen. Ähm. Ich will das nicht- Ich will nicht meine Sachen hier wegkicken. Auch wenn es witzig ist. Ich mein. Gut. Es ist unterhaltsam, aber ich lasse das lieber. Hier einen noch. Äh. Ha. Ganz ruhig da oben. Freie mich hier. Ich hoffe, es ist übrigens nicht zu bekloppt in der Webcam aus. Sie ist ja nicht. Das. Du sprichst mit mir. Du bist- Deswegen hattest du Augen. Deswegen. Oh, wir haben das vorher nicht mitbekommen. Kleiner Ratte. Sack. Arsch. What? Naja. Da ist er wieder. Ähm. Alles okay bei dir? Ähm. Hm. Sollten wir irgendwie merken, welche Kombinationen ich dann dauernd mache. Nein, das hat mir auch was. Fuck. Okay, machen wir erstmal alles mit Grün. Grün. Was war das? Das war Fireball. Grün. Lila. Auge. Das war riesig. Okay. Äh. Grün. So. Wiederzeichnen. Dann. Rot. Voodoo. Lila. Halt die Klappe. Rot. Auge. Lila. Lila. Rot. Auge. Blau. Ich hätte es mir echt besser... Irgendwie habe ich das Gefühl, es war Schneidsee, oder? Rot. Voodoo. Blau. 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 Ah. Hoppettier. Ah. Ist das blöd. Interessant, okay, das sind also alle Kräfte, die wir hier haben, ähm, ist hier mal irgendwas cooles, machen wir kurz die Kräfte weg, hier unten ist doch noch was. Aber nichts besonderes, okay, ich würde sagen, wir probieren mal diese Portale, vor allem das, was ist das, ich muss mit dir den Scheiß, ne wartet, ha, shit, nochmal, nein, es ist der, ah, shit, okay, die Farben ist natürlich ein bisschen blöd gerade, weil, keine Ahnung, guck mal noch, oh, hi. Ja, dann bleib ich besser hier, hi. Was geht denn hier so ab, was macht der hier so, ich mein, ähm, ihr habt gesagt, das tötet mich, wenn ich auf die Straße rausgehe, ja, okay, ziemlich gemein, mich mit S anzusprechen, ja, sehr schön am tanzen, ehrlich, ich liebe es, äh. Ich würde gerne wieder weg, könnt ihr das machen. Anschein, ist nicht so einfach, mit euch umzugehen, so witzig, wie die Welt für dich in diesem Teil hier drin ist, ähm. Es scheint nicht so einfach, dass du wegkriegst, aber es nötig ist. Okay, okay, ich merke schon, ich bin das Studienobjekt, ich hab's begriffen. Ich hab' einen ziemlich langweiligen Ort hier. Ey. Ha. Ah. Enough. The creature bores me already. Let us observe what it does with the optics of transcendence. Raise the pillars. What? If the human truly understood what is looking at him, he wouldn't be as enthusiastic. Hehe. Okay. Ähm. Ja, dann, dann, was ist denn hier? Ich würd, ich würd da... Nein. Okay. Jungs. Hat Spaß gemacht. Ich muss gehen. Hat mal Sachen zu tun. Ich muss noch andere Orte besuchen. Es war ein Versehen, hierher zu kommen. Ich hab, ich hab das nur gefunden. Wow. Hier sind Sachen. Äh. Nein. Sehr schön. Toll. But the record showed the human picked up the Garakaman. Äh. It could seem it has no idea what to do with it. Oh. Oh. It broke it. You're not such stupidity. Ah. We can't get the shit. What a disgraceful frog. Oh. What? Das ist ziemlich creepy, hört auf damit Ah, sie gucken mich an So, ähm Das ist Das ist 6D Da hinten irgendwas Und ihr seid gar nicht da, oder was? Mag euch nicht So, du Du mit deinen großen Glubschaugen, ne? Du gehst mir am meisten auf den Sack Das ist unfassbar Okay, ähm Was kann ich hier noch machen? Ja Danke Danke, gute Entscheidung Moment, ich gucke die ganze Zeit nach rechts Da ist die Webcam Man lernt nie aus So Kabel kurz hinter mich bringen Äh Warum bist du da drin? Okay, weißt du was? Den Scheiß mach ich nicht nochmal So Was ist das? Das ist schön kurz Nein Nein? Ah, es ist blau Oh Oh Gold Oh Ähm Kann ich darüber gehen? Muss ich hier sein? Das ist tief Sollte dafür das Headset Näher ran machen So ist besser Okay Das ist alles Soll ich springen Auf das, was das Spiel jetzt von mir erwartet? Das ist alles Okay Ich gucke einfach nicht hin Äh 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 Ah Kann schweben Ha Es ist alles fake Ich gehe wieder zurück Ich habe meine Angst damit überwunden Das nehme ich jetzt damit mit Was ist das? Nein Okay Nintendo, ne? Achte drauf Das ist eine interessante Idee Keine Ahnung Wir gucken nach Warum sind hier Waffen? Warum ist das hier so dunkel? Muss ich Angst haben? Ja komm her Komm her Oder bleibt da Das finde ich auch okay Äh Machen wir keine Angst mit so einem Scheiß What? Oh Gott Oh Ah Es ist eine Kitty Hey Kitty What? Kitty wants to win Was ist das? Ah, kann ich jetzt mitmachen Es war nur ein kleiner Scare Es war nur so ein Oh Was kann da kommen? Ich gebe zu Es hat mich bekommen Blöde Kacke Ich hatte echt ein wenig Bange Was ist hier Weil wir mit Kopfhörer so laut sind Könnte so laut sein Sehr clever Was ist da denn? Unfassbar Ich hätte sogar ein Schild nehmen können Ich hätte sagen Nein Was bin ich in Frieden? Ich könnte das Frisbee verwenden Snapp an die Wand Faktisch Sehr, sehr Ich dachte ich stolpe über den Speer Aber der ist virtuell Ich depp Okay Ähm Ich wette Es gibt noch sehr, 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 sehr Viele Easter Eggs Nicht wahr, Mister? Aha Sehr guter Wurf Ähm Aber ich würde sagen Das war ein Sehr interessanter Erst Ein Druck Äh Das ist eine Demo Um was anderes zu merken Das ist ein kostenloses Spiel Was ihr euch runterladen könnt Ich glaube Das funktioniert nur mit Vive-Controllern Von daher Da will ihr nicht so viel Spaß haben Wenn ihr keine Vive-Controller habt Äh Aber das ist bisher Einer der coolsten Demos Die wirklich mit Virtual Reality Ausprobieren durfte Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht Das zu beobachten Ähm Ja Wie gesagt Ich wette Hier gibt es noch einige Sachen zu erleben Ich meine Was ist das Ding da oben? Ha Es ist erschossen Wow Das war nicht mein Plan Was ist denn ein Buch? Komme ich irgendwann in das Buch ran? Nope Das bewegt sich kein Stück Okay Ja Was bist du für ein hässiges Teil? So jetzt reicht's Komm her Dir schießen noch ins Auge Du Ratte Ah Was hat er davon Okay Gut Wir haben den Drachen besiegt Ähm Würde sagen Dann war's das Danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ah Ah Ja 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 Whlie